XRP ist das erste Krypto-Projekt, welches in den USA regulatorische Klarheiten bekommen hat. Ich werde euch erklären, welche Preise meiner Meinung nach XRP erreichen kann. Zudem werden wir uns auch noch anschauen, was in der aktuellen Woche alles geschehen ist, warum der ganze Crash passiert ist und was in der Zukunft meiner Meinung nach passieren wird. Zudem werde ich auch noch erklären, welche Projekte ich aktuell einkaufe und wie stark diese Projekte meiner Meinung nach in dem aktuellen Bullrun steigen werden. Doch bevor wir uns das Ganze anschauen, heiße ich euch erstmal herzlich willkommen auf dem Kanal von Krypto Alphabet. Wir befinden uns aktuell mit Bitcoin bei der 60.000 Dollar Marke und falls ihr das Ganze nicht mitbekommen haben solltet, wurden die die letzten Tage sehr sehr stark abverkauft. Von der 70.000 Dollar Marke hinunter auf die 49.000 Dollar Marke. Das Ganze hat natürlich Gründe. Mit einer der kleineren Gründe, aber auch der unschöneren Gründe sind natürlich die ganzen Konflikte, die wir haben. Aber mit einer der größeren Gründe sind natürlich die Aktien und der traditionelle Markt, wo auch sehr stark abverkauft wurde. Da sind mehrere Billionen aus dem Markt herausgeflossen. Nvidia hat sogar mehrere Milliarden an Verlust erlitten. Wie ihr wisst, Bitcoin folgt halt sehr sehr stark dem traditionellen Markt. Wenn der traditionelle Markt steigt, steigt Bitcoin mit. Wenn es fällt, fällt halt Bitcoin auch mit. Unter anderem wurde auch der Nikkei sehr sehr stark abverkauft. Der Nikkei ist so gesehen der S&P 500, was die US-Märkte haben von den japanischen. Und da gab es auch einen sehr sehr starken Abverkauf. Das liegt unter anderem an den Yen Carry Trade. Wer nicht weiß, was der Yen Carry Trade ist, dieser Trade ist so gesehen eine Blase gewesen, die nach und nach platzt. Das Ganze funktioniert im Grunde genommen so. Die Investoren in Japan bekommen sehr sehr günstige Kredite. Diese Kredite laufen natürlich auf Yen. Den Yen, den sie bekommen, tauschen sie dann in US-Dollar um, was den US-Dollar stärkt und den Yen entwertet. Und diese US-Dollar investieren sie dann in Staatsanleihen, in Aktien, in Nikkei, was wir hier sehen können. Und das Ganze lief eine lange Zeit lang gut, bis die japanische Zentralbank beschlossen hat, seit längerem das erste Mal wieder die Zinsen anzuheben, damit nicht jeder günstig an die Kredite rankommt. Das sorgt natürlich dafür, dass der Yen immer wertvoller wird. Das ist sehr einfach zu verstehen. Angebot und Nachfrage. Je mehr Yen auf dem Markt ist, desto wertloser ist es. Je weniger Yen auf dem Markt ist, desto wertvoller wird das Ganze. Und da das Ganze in Korrelation zum US-Dollar jetzt sich verschlechtert, also der Yen wertvoller geworden ist zum US-Dollar und die Leute, die diese Kredite aufgenommen haben, das Ganze wieder zurückzahlen müssen und ihr Vermögen weniger wert geworden ist, haben sie natürlich angefangen, ihre Aktien, ihre Sachen zu verkaufen, womit sie das Ganze eingekauft haben. Und dadurch ist der Nikkei sehr stark abgestürzt und somit auch sehr viele Aktien, sehr vieles in dem traditionellen Markt und somit auch unser Krypto-Bereich. Ansonsten habe ich sehr viele interessante und schöne Charts. Hier haben wir einen Cup & Handle, was uns darauf hindeutet, dass Bitcoin die 260-Dollar-Marke erreichen kann, also 260.000-Dollar-Marke erreichen kann. Wie ein Cup & Handle funktioniert, sehr einfach erklärt. Das Ganze sieht aus wie eine Tasse und hier ist der Griff und da ziehen wir von dem obersten Punkt der Tasse zu dem obersten Punkt auf der rechten Seite, nehmen dann die mittlere, die längste Linie und nehmen diese Linie zu dem Bereich, wo der Griff ist und ziehen das Ganze nach oben und da zeigt es uns an, dass wir ungefähr an die 230.000-Dollar-Marke rumgehen können. Ob das Ganze so ist, das werden wir sehen. Hier haben die auch nochmal angezeigt, die Elliot-Wellen-Methode. Erste Welle, dann die Korrektur auf die zweite Welle, die dritte Welle, was die stärkste Welle ist, dann Korrektur auf die vierte Welle, die fünfte Welle und danach gibt es erstmal ABC-Korrektur. A, B, C und dann fängt das Ganze nochmal von vorne an. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Und so wie das Ganze aussieht, ist wieder diese WXY-Korrektur schon zu Ende. Das könnte hindeuten, dass wir bald einen Anstieg erleben werden. Ansonsten haben wir auch noch ein paar weitere interessante Charts. Hier 80 Tage nach dem Top ist immer der gigantische Anstieg, ist immer der Bullrun-Anstieg. Ob das Ganze so kommen wird, werden wir auf jeden Fall sehen. Habe ich nochmal ein paar andere interessante Charts. Hier können wir immer diese Bullruns und Bärenmärkte sehen, Bottoms sehen, die Top-Bereiche sehen. Ist sehr, sehr spannend zu sehen. Nach dem Halving, diese gestrichelten Linien, ist der Bereich, wo der Halving war. Haben wir immer eine kurze Seitwärtsbewegung gehabt und dann einen dicken Anstieg. Hier zeigt es einmal an. We are here. Wir sind aktuell hier und dann kommt der gigantische Anstieg. Ob das Ganze so kommen wird, werden wir natürlich sehen. Ansonsten, viele fragen mich, wann ist der Alt-Season, wann steigen unsere Alt-Coins. Hier können wir am besten sehen, wie das Ganze funktioniert. Oben ist der Bitcoin-Chart, unten ist die Bitcoin-Dominanz. Wenn Bitcoin einen starken Anstieg erlebt und dann in eine Korrektur reinfällt, dann steigen die Alt-Coins. Das Ganze war 2017 so, 2021 so und 2025 wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch so sein. Mal sehen, wo wir uns befinden. Wir befinden uns aktuell in dieser Spirale nach unten. Ob das Ganze kommen wird, das werden wir natürlich sehen. Ansonsten, was auch sehr interessant ist und wahrscheinlich mitbekommen habt, Ripple muss nur eine 125 Millionen Dollar Strafe zahlen gegen die Säge und dann sind sie fein raus. Und somit mit einer der ersten Projekte, die in den USA regulatorische Klarheiten bekommen hat. Was natürlich sehr, sehr bullish ist und ich bin auch der Meinung, dass XRP gute Anstiege erleben kann. 32 Milliarden Market Cap aktuell. Wir befinden uns aktuell bei 58 Cent. Nach so einem Announcement haben wir leider keinen starken Pump bei XRP sehen können. Nichtsdestotrotz ist XRP ein sehr, sehr solides Projekt. Ist überall vernetzt mit den verschiedensten Banken, was natürlich für eine Zukunft im Bereich globale Transaktionen, im Bereich sehr vielen Bereichen gute Anwendung finden wird. 32 Milliarden Market Cap ist natürlich eine Hausnummer. Nichtsdestotrotz sehe ich bei XRP trotzdem dicke, dicke Anstiege. Es kann auch in die 100 Milliarden Market Cap Bereiche gehen. Da sehen wir mal Akkus bald zu Ende. 100 Milliarden Market Cap, das wären ungefähr 4 X von dem aktuellen Zeitpunkt. Ich denke sogar 150 Milliarden Market Cap wären möglich. Das wären die Bereiche von dem aktuellen Zeitpunkt bei 3 bis 4 Dollar. Ob das Ganze so kommen wird, das werden wir natürlich sehen. Aber ich denke, XRP hätte in dem aktuellen Bullrun, wenn alles so laufen sollte, wie sie sich das Ganze wünschen, in die Bereiche von 4 bis 5 Dollar zu gehen. Da würde ich persönlich sehr stark verkaufen. Nach oben nach und nach immer wieder Gewinne realisieren. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Ansonsten kaufe ich aktuell TARS AI sehr stark ein. Mit einer meiner Top Favoriten für den aktuellen Bullrun. Hat noch gar keinen Bullrun erlebt. Und Projekte, die das erste Mal einen Bullrun erleben, haben natürlich den stärksten Anstieg. 14 Millionen Market Cap. Ich denke, bei 140 Millionen Market Cap würden wir die 10 X erreichen. Bei 1,4 Milliarden Market Cap, was durchaus möglich ist, würden wir sogar einen 100 X erreichen. Und alles, was dazwischen ist, das ist natürlich gigantisch. Läuft auf dem Solana Ökosystem. Möchte ins Solana Ökosystem die KI-Revolution bringen. Und alles, was mit KI zu tun hat, im Solana Ökosystem ermöglichen. Was natürlich gigantisch ist. Bei 14 Millionen Market Cap ist das Projekt noch unterbewertet. Okta Space, 53 Millionen Market Cap. Kaufe ich aktuell auch immer wieder ein, weil das Ding immer ständig steigt. Wir haben eine gute Korrektur jetzt gehabt. 53 Millionen Market Cap bei halber Milliarde Market Cap. Schon ein schöner 10 X. Ob das Ganze so kommen wird, werden wir auch sehen. Ich bin der Meinung, auf jeden Fall sogar in die Bereiche von einer Milliarde. Ist ein Deepin-Projekt. Mal schauen. X-Verse aktuell auch sehr, sehr, sehr stark am Einkaufen, weil die Market Cap ultra klein ist. 600.000 Market Cap. Das Ding hat weniger Market Cap als einige Meme-Coins. Ist ein Gaming-Projekt, was meiner Meinung nach einen sehr, sehr starken Potenzial uns bietet. Ist ein Triple-A-Game. Triple-A-Shooter-Game. Wie wir hier sehen können. Tolle Grafik. Und für ein Gaming-Projekt ist, also ein Blockchain-Gaming-Projekt, ist das Aller, Allerwichtigste. Das Game, dass die Leute das Spiel spielen. Und somit bei Play to Earn, also wenn sie das Spiel spielen, Tokens bekommen, steigt natürlich der Wert von dem Token. Dadurch kommen mehr Investoren rein. Und dann spielen halt mehr Leute dieses Spiel, weil sie sehen, der Preis steigt. Und das gibt eine sehr, sehr schöne Spirale nach oben. Wenn GTA 6 gelauncht werden sollte, bin ich der Meinung, dass sehr viele Gaming-Projekte durch die Decke schießen werden. Ansonsten habe ich noch ein sehr interessantes Meme-Coin für euch mitgebracht. Das Ganze nennt sich einmal All-Man. Soll ein Kontrast zu Talerhuhn werden. Ich denke, ihr kennt dieses Projekt, diesen Meme-Coin, was in den letzten Wochen, Monaten durch die Decke geschossen ist. Wirklich sehr, sehr cooles Team. Deutsches Team. Mir hat das Ganze sehr, sehr gefallen. Auch mit der Idee. Das Ganze könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Dex-Tools sind schon natürlich gelistet. Befindet sich bei Market Cap ungefähr, wenn ich das Ganze nochmal neu lade, bei 180.000. Was natürlich ein ganz, ganz kleiner Market Cap ist. Und natürlich uns eine Möglichkeit bietet, in der Zukunft noch weiterhin zu steigen. Das Ganze müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Meme-Coin sind natürlich immer riskant. Das muss jedem von euch bewusst sein. Ansonsten schaut euch das Ganze mal gerne an. Schaut euch mal das ganze Projekt an. Wenn ihr Fragen haben solltet, geht in die Telegram-Gruppe. Stellt eure Fragen. Sie haben auch eine schöne Roadmap. Was natürlich uns zeigt, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Sie haben große Ziele. Sie wollen über die Millionen-Market Cap Bereich hinaus schießen. Haben natürlich auch auf Twitter. Sind sie sehr aktiv. Über 222 Follower. Auf Telegram sind sie sehr aktiv. Schaut euch das Ganze mal an. Ansonsten haben sie auch T-Shirts geprintet. Wollen noch Produkte rausbringen. Was natürlich für ein Meme-Coin sehr, sehr cool ist. Das Ganze ist marketingtechnisch sehr schön. Hier sieht man nochmals, was nach und nach passieren wird. 5000 Airdrops gab es aktuell. Die Community aufbauen und so weiter und so fort. Es wird Listings auf den Börsen geben. Sie wollen Influencer, TikTok-Influencer, Instagram etc. Influencer mit ans Boot nehmen. CoinGecko-Listening, CoinMarketCap-Listening. Es werden noch viele, viele weitere Börsen folgen. Was natürlich sehr schön ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ansonsten sage ich, danke, dass ihr es zum Schluss zugeschaut habt. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, Crypto Alphabet.